So, hier sind komische Geschütztürme, die einen erstunnen und zurückschleudern und alles mögliche. Man kann sich hier ein dieser Schilde wegnehmen und kann dann einigermaßen geschützter durchgehen. Ziel ist folgendes. Man kann auch erstmal helfen, die Mobs zu holen. Ja, Ziel ist folgendes. Entschuldigung. An dieser Position ist ein Schalter zu finden. Der muss gedrückt werden, dann geht hier an dieser Stelle ein zweiter Schalter auf, wo dann jemand reingehen kann und den zweiten Schalter drücken kann. Wenn der zweite Schalter gedrückt ist, geht hier unten beim Zahnrad eine Tür auf, wo letztendlich das Ziel zu finden ist. Das heißt, wir brauchen hier unten an der Position zwei Leute, weil dieser Schalter ein Doppelschalter ist. Und an den anderen Schalterpositionen brauchen wir jeweils einen Spieler. Also, ich gehe links, ihr geht rechts. Du hast einen Schalter, ich sehe nur Sicherheitsschilder. Also, ich bin jetzt unten bei dem ersten Schalter, ne? Ne, du bist bei dem finalen Schalter, oder? Ich bin gerade tot. Oh, nein. Das ist eher ungünstig. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da sagen. Ich brauche, wirklich. Okay, ist jemand beim zweiten Schalter hier? Ja, wir können das Schild auch ablegen eben schnell und das hier eben kaputt kloppen. Ich bin nicht beim finalen Schalter, ich bin bei dem ersten Schalter. Ja, 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 ne, aber ob die restlichen beim zweiten sind. What the hell? Ja, bleibst du hier, oder gehst du weiter? Äh, mir ist wurscht. Ich weiß nicht, wo ich hier bin, sondern... Ne, ihr müsst nicht zu uns kommen. Ich weiß auch nicht, wo ich hier bin. Also, ich ping das nochmal an der Karte an. Hier irgendwo ist der zweite Schalter. Da müsste jetzt mindestens einer hin. Und die übrigen können von da, da runter gehen, nach da unten. Hier, wo ich bin, da müsste noch einer hin. Oder komm, am besten, wenn hier zwei hinkommen, dann gehe ich zu dem letzten Schalter. Ja, der Weg geht aber hier irgendwie so rum, meine ich, oder? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Hier sind schon zwei... Ich weiß das nicht. Ich gehe ungefähr in die Richtung. So, ich bin jetzt auch tot. Ich hatte einen Golem am Arsch. Ja, man kann die Schilder nochmal kurz ablegen, dann kann man die auch angreifen. Wenn man jetzt gerade nicht gerade in der Nähe von diesen Kanonen steht. Hier reinlassen. Hier, du siehst vor dir diesen Ding in Snub. Ja. Da muss ich reinlaufen, wenn Arna auf den Knopf drückt. Vorher ist da so eine Wand. Ich bin drin. Okay. Da gehe ich jetzt mit Leo zu dem anderen Schalter. Wow. Da kannst du jetzt drücken, Kija. Und dann müssen die beiden unten da die Schalter drücken. Ähm, achso, Moment. Müssen wir jetzt was drücken gleichzeitig? Ja. Ja. Aber Arna ist egal, ich glaube, man kann auch einzeln drücken. Ich habe auch gedrückt jetzt. Ich habe auch gedrückt. Genau. Wenn dann der Ding abgelaufen ist, dann muss Kija euch nochmal aufmachen. Dann könnt ihr wieder rausgehen. Mach auf, okay. Wie mache ich das? Nochmal an den Knopf drücken. Ja, habe ich. Ich bin hier gestunt. Jetzt? Jetzt? Jetzt, ja. Okay. Und dann kann Kija rausgehen. Da mache ich den nämlich auf. Und jetzt wieder zum Eingang zurückgehen. Ja, bin drauf. Uff. Perfekt.